Die Straßen von Berlin sind bereit für ein Spektakel der Extraklasse. Mit über 1000 teilnehmenden Firmen versammelt sich die gesamte Unternehmenslandschaft zum jährlichen IKK-BW-Firmenlauf um die asphaltierten Wege der Hauptstadt mit einer Vielzahl von Rollen und Sohlen zu bevölkern. Wir schaffen es den Firmen eine Plattform zu geben, dass sie auch den Teamzusammenhalt stärken können. Gleichzeitig bringen wir Menschen in Bewegung und das macht es für uns halt so einzigartig. Der Startschuss am Brandenburger Tor markiert den Beginn eines mitreißenden Rennens, das nicht nur für Läufer, sondern auch für Walker, Skater, Rollstuhl- und Einradfahrer, Handbiker sowie Skateboarder offen steht. Während sie entlang der Strecke laufen, passieren sie den idyllischen Tiergarten und die Siegessäule. Schließlich erreichen sie die Ziellinie über die geschichtsträchtige Straße des 17. Juni und können dabei eine kurze Sightseeing-Show genießen. Sport ist einfach was, was man gemeinsam macht. Natürlich leidet man irgendwo auch, wenn man sich anstrengt gemeinsam und geht da gemeinsam durch, kommt gemeinsam ins Ziel an. Der IKKBB-Firmenlauf steht nicht nur für sportlichen Ehrgeiz, sondern auch für gemeinschaftliche Werte wie Teamwork, Solidarität und Respekt. Die Teilnehmer laufen Seite an Seite, unterstützen sich gegenseitig und ermutigen sich, ihre Grenzen zu überwinden. Ich bin tatsächlich noch nie so weit gelaufen wie heute und das war mit den ganzen Leuten drumherum und der Stimmung am Seitenrand, und das war noch gar kein Problem. Diese Atmosphäre der gegenseitigen Unterstützung und des Zusammenhalts macht den Firmenlauf zu mehr als nur einer sportlichen Veranstaltung. Es ist ein Fest der Menschlichkeit und des gemeinsamen Strebens nach Zielen.